hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge in pillen galactic survival project eden mit dem fel jack schön dass wieder eingestellt hat freut mich werden in der letzten folge den garten hier gebaut zumindest mal die grundform vom garten und ja wir machen gerade die decke noch ja und wenn euch mein projekt gefällt lasst mir doch mal einen daumen nach oben da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen ja wir gucken mal jetzt was er gemacht hat er hat noch ein paar blöcke hier gemacht wir stellen hier natürlich amierte blöcke her und was können dann machen wir das auch so muss natürlich jetzt hier gucken dass die decke auch hält und das war's ja wir müssen leider warten 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 der konstruktor stellt fleißig her und wir müssen dann zusehen dass so lange noch ein essen kommen da müssen wir bald die blumenkästen bauen muss auch mal schauen jetzt sind 14 blöcke das lebensmittel gedöns brauchen wir auch noch hier ist aber den schon hergestellt hergestellt sei ich hier den hier in am spielprozessor immer noch derzeit noch fünf punkte und 20 das dauert ein bisschen bis das fertig wird eventuell müssen wir den noch müssen die decke noch stützen aber ich hoffe dass es trotzdem gereicht und dann geht das hier bald los mit den gärten und dann müssen wir mal gucken wo wir die setzlinge wird bekommen ja so wird es bald fertig hier oder noch mal zwölfe ja es wird langsam aber hier wird es ja so langsam müsste aber passen müsste eigentlich funktionieren dann haben wir einen fahrstuhl reingehauen wir müssen noch glas scheiben vor oder sowas oder ich setze da auch noch eine blockreihe vor wir haben nacht draußen können eigentlich auch eine runde schlafen jetzt ne bis dahin müssen einiges an blöcke gebaut worden sein ah 399 blöcke er stellt immer noch her reicht dann haben wir wieder ein paar blöcke auf jeden fall auf reserve lass mal schauen da ist er bauen wir den gleich mal dann können wir uns eigentlich auch einen zweiten kühlschrank noch bauen ja brauchen wir sonst noch irgendwas genau die pflanzen lichter ich gar nicht wie viel hatten wir unten jetzt muss ich erstmal mal gucken nochmal durchzählen wie viel pflanz lichter wir brauchen da habe ich ja 1 2 3 3 6 9 12 lichter brauchen wir dann hat er auch schon fällig schön wo setzen wir den mal hin ich denke in dem satz von sien da kommen wir ja noch vorbei ja locker ich bin schon jetzt noch nicht fertig er wird aber langsam so jetzt kann er die lichter noch bauen ohne raus und hier oben drauf klemmen das ding so können wir nämlich quasi es wird angegriffen oder die waltfähe so das kann schon mal ja das war mal anders quatsch so die rohen sachen sozusagen hier kommen alle hier hin und die fertigen kommen hier hin wahrscheinlich 1 1 ist das und die fertigen produkte aus dem haben wir aus müssen wir kurz gucken 75 prozent noch aber wir müssen jetzt erstmal abchecken von wo sie kommen wir warten und warten da kommen sie drohen zwei drohen oder zwei drohentransporter jetzt wir kriegen gut packung auf wiedersehen nummer eins und nummer zwei noch gibt noch neue teile Sprit ist mein. Haben sie mit zwei hier rum gehämmert. Mal gucken, die haben auf die Geschütze geballert, ne? Oder warum die drauf gehämmert? Ja, warum die denn drauf gehauen? Haben die nicht hier drauf gehauen? Ach doch. Das Geschütze haben sie drauf gehämmert. Natürlich werden wir schnell reparieren hier. Ja, wir werden natürlich Flakabwehrtürme bauen. Was hier auch schon aus großer Entfernung dezimiert werden. Und dann werden wir die ganzen Geschützplattformen wieder abbauen und dann unsere Basis hier erweitern. Zuerst mal nur die Grundverteidigung. Und dann haben sie auch ganz schön drauf gehämmert, auf die Dinger. Na, ich baue unbedingt ein T2 Multitool. Das ist das, was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe. Ich habe immer Sachen vor, aber man weiß eigentlich so genau, weiß man nie, was passiert in den Pillen. Können wir eigentlich auch mal Armierte machen, ne? Bisschen verstärken alles. Haben sie sich irgendwo drauf gehauen? Ne, ne? Gut, lass uns mal ein bisschen was zu essen fahren. Ich habe gar nichts zu essen hier. Eine Käfer, der wird es jetzt, der macht die Wurst auch nicht fett. Am besten gehen wir mal schwimmen, ne? Da sind noch mehr Käfer. Heute mal richtig eingekriegt, ja? Wir hatten jetzt nicht so viel. Wir sind noch Nüsschen. Zack, 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 alles meins. Dann ist die Ausdauer wieder flöten gegangen. Dann muss ich gleich mal gucken, ob wir überhaupt noch genug Prometrium haben. Sonst, oder ich fahre mir das schnell weg hier. Na, was heißt schnell? Aber es ist besser, schneller geht es nicht, wie mit dem hier. So, dankeschön. Noch mehr Nüsse oder so? Sehr nix, aber da ist ein Schneckchen. Boah, ich habe mich fast verrissen mit der Showblende. Leicht abgezittert. So, nehmen wir auf jetzt, nehmen wir auch mit. Aber es gibt schon gute Nüsschen, ne? Kann man nicht schmeckern, ne? Ist schon gut, hier liegen schon gute Nüsse rum, aber so ein Essen mangelt es uns nicht unbedingt. Noch ein paar Früchte, noch ein paar Trauben und ein bisschen ernten gehen hier, ne? In unseren Garten Eden. So, hat er noch eine Nuss, noch einer und noch einen Früchtebaum hier. So, können wir schon mal ein paar herstellen. Nämlich tierisch einfach hungern hier. Hier haben wir Kupfer. Das nehmen wir uns natürlich mit, keine Frage. So, Level 12 erreicht, nachdem wir die Früchte auch noch gepflückt haben. Noch mehr, ne? Da ist noch was. Oh nein, ich habe es abgebaut, aus Versehen, nein. Ich habe so einen lockeren Zeigefinger. Da wähle ich mal keine Waffe aus, besser ist das. Da ist hier noch was. Da haben wir noch ein paar. Unsere Insel hier. Ja. So, da ist jetzt nicht mehr so viel, dann müssen wir mal nach oben laufen. Mal gucken, was da oben noch ist. Ah, was haben die geschossen gerade? Ich werde sich schon mal rumballern. Keine Ahnung, was die schießen. Da ist ein Arachnid noch. Da schießt die drauf. Nüsschen, 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 Arachnid hatte das Geschütz schon weggeholzt. Dankeschön. Ich brauche eh, hauptsächlich brauche ich jetzt eh nur das Fleisch. Punkte sind jetzt nicht so wichtig. Noch Gewürze. So, nehmen wir mit. Ich denke wir müssen auch erstmal unsere Sachen hier selber herstellen. Also Pflanzenfaser und so. Na, nehmen wir mit. Pflanzenfaser und so, das brauchen wir nicht anpflanzen, denke ich. Ich denke mal, ich werde hauptsächlich Gemüse anpflanzen, damit wir jede Menge Riegel haben. So, jetzt sind wir hier gerade im Palmenwald unterwegs. Oh, hier. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ein paar Kobolde hier. Erstmal die Kobolde mitnehmen. Noch eine Nüsschenpflanze. Na. Da lässt mich nicht die Nüsse aufnehmen. Jetzt hat er so, ne? Ja. Jetzt hat er sie aufgenommen. Da ist noch welche. Noch ein paar Früchte. Ach, wir haben doch genug zu essen hier. Mensch. Dann mache ich mir so ne Sorgen, dass ich nichts zu essen habe. Jetzt kommen wir uns erstmal runter rein. Dann werden wir gleich unseren Garten noch weiter bauen. Wo sind sie da? Ach, gib doch mal ein bisschen Fleisch her. Ihr alten Geizlappen. Nüsse. 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 Einer hatte Fleisch, einer hatte kein Fleisch. hier guck mal hier wo ist das andere kobold ding hin find's nicht oh dieser baum ne wo ist er hier spät mir die ganze sicht hier was war nur ein brocken oder was ist noch einer immer schon her mit dem kobold hier noch einer duper 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 nice wo ist das nächste jahr auch mal kobold oder so ne na nüsse nüsse früchte so man muss pflanzfasern muss noch mal alter die früchte sind ja normal offen sind jetzt waren ganz viele alle weg gespawnt lol drei bäume oder so alle weg und sich gerade in luft aufgelöst mal hier weiter gucken vielleicht finden wir noch ein bisschen kobold wobei kein ohr hier kupfer opfer nehme ich gerne mit das erste was ich denke mal machen werde ist auch nach vorne weiß nicht noch einen zweiten hoover bauen also den anderen demontieren ach ich habe einen giftbiss habe ich noch gar nicht gesehen so beschäftige ich mit essen suchen dass ich gar nicht gesehen habe dass ich einen giftbiss habe habe ich was gegen giftbiss auf verbrennung na toll natürlich nicht wenn die sachen irgendwas nach hause bringen damit für die sachen herstellen können nach ganzen keime und so auch mal das hier alles und dann soll ich vielleicht nicht so viele sachen herstellen das haben wir denn noch das mal erst und natürlich brot herstellen also das ist jacke wie hose können auch die ganzen die warum jetzt natürlich nicht unbedingt stimulanzen ich kann man brauchen gemüse ich bin jetzt nicht so bewandert in der im anbaugebiet also wie man durch was mit was man was herstellt ist aloe vera oder kräuterblätter wie auch immer wäre ganz gut noch wenn wir noch ein paar hätten doch eine ja da ist noch eine gemüse die hatten wir schon schade keine aloe vera mehr nur ein paar kräuterblätter gebrauchen die reingesprungen in den feind die so reingehüpft so yeah attacke da ist noch ein paar so da das und das 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 ist noch einer ist noch einer aber ja ah ja hat mein ei wieder gefunden oh er hat sein ei gefunden hab ich gestern verloren das ei kleiner flachwitz am rande so obwohl wir uns dann gegen flirten oh oh schnell in den kühlschrank rein damit rein 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 auch rein oh wenn der fischer ich mal jetzt nicht verreckt für mich kommt auch noch kühlschrank ja für giftbiss hab ich nix ne so ein mist hier giftbiss jawohl ich kann einen herstellen schnell will nicht sterben da war aber glück ja was brauchen wir denn dafür ach wir bauen gereinigtes wasser ach so kack ey so ich bin geheilt mein gott hat er mich vergiftet ne müssen wir den rest mit verbänden hochheilen na komm na komm so die pflanzenlichte haben wir auch schön 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 so hier wieder halt zack zack so warte mal ach die können wir nicht herstellen was stellen wir davon zähne her egal äh was wollte ich ach ja ich weiß nicht wie viel mal brauche ich denn mal dreier brauchen wir den nimm ich zwei brauchte ich nur ok wo ist denn ne die habe ich unten drunter gebaut ne verwalten verwalten schmeiße ich da mal mit rein ja und die dinge habe ich auch noch nicht gut wir werden dann erstmal weiter bauen würde ich erstmal sagen dass unser garten fertig wird stimmt wir brauchen ja wasser mal ohne das grüne hoffe dass das auch so geht also nochmal check machen ja das geht ne da kannst du noch locker was drauf bauen die drei roten da die machen gar nichts ach das reicht dicker das reicht doch dicker jetzt wollen wir nochmal gucken hier ja das ist so doof ne kann man schlecht jetzt sagen wo was ist da brauche ich mal einen block oder so oder ne das ist doof das sieht man jetzt nicht ne ne das kann man schlecht sehen jetzt mit den lichtern das ist doof da brauche ich erst die pflanzen gestern keine mieter besser daran orientieren achso warte mal die scheiben fertig ne 6 hat er 6 ist besser wie gar nichts gehen wir mal aufs dach hier wenn wir die drohne nehmen die drohne nehmen dann sparen wir was oh mensch passt das schon zack fertig oh ne der war nicht gut failjack oh ich komme nicht raus dann müssen wir uns hier einmal dann müssen wir uns hier einmal rausballern hier so hatte ich jetzt ne halbaut immer noch so machen wir das auf wie viel haben wir denn hier drin ist im anzug jetzt 31 oder was oder hier drin 31 hier sind 31 ne oh das ist ja schön warm hier eigentlich ne so jetzt haben wir nämlich die scheiben hier vor ist schon ganz nett aus so haben wir wieder was geschafft das ding brauche ich mal gucken haben wir irgendwo noch hier haben wir das ding stehen ne stellen wir den dazu so wir müssen eigentlich mal wohl wir haben ja noch 5 obwohl das ist blödsinnig ne ne hab ich scheiß gemacht warte mal hab ich scheiß gemacht das können wir doch ganz anders machen da können wir doch genauso gut auch blind oder was hä fälschig bist du blind oder wo sind denn die wassergeneratoren oder haben sie hier keiner hä doch auch wassergeneratoren auch nicht ne 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 basis ne aber die sind doch schon gleich geskillt von Anfang an die dinger oder wo sind denn die dinger jetzt die versus da wassergenerator und wo ist der im konstruktor grad ein bisschen doof ach die äh sind so ne hier muss man diese gucken glaube ich auf alle stellen kann das sein ja auch nicht so da da ist dann warte mal und jetzt hier drin ne der muss den kisten nur noch auf alles stelle ich da nicht ein paar von her dann würde ich sagen äh da war drei ja drei ja das beste reichen ne ok ok ja brauchen wir sonst noch irgendwas für alle gerade haben wir eigentlich über treppen gebaut ja ne ja die haben wir alle schon äh ja wir brauchen definitiv wasser das haben wir jetzt ja wir können nichts machen ne wir müssen erst wir brauchen erst die generatoren hier ich mach mal die krimskam kiste das kann da rein das das ähm und dann kann er auch noch ein bisschen sprit herstellen die großen nehmen wir die kleinen ne kann er mal noch 100 zellen herstellen oh wie viele haben wir überhaupt noch 13 oh wir sollten ein bisschen promedium sammeln hat ja noch was gesehen hier wo ne irgendwo ach schweren Viech hier hat ich ja noch was gesehen hier looten wir immer fleißig weiter hier am besten gucken wir wirklich hier am strand hier vorne meistens ist es hier am strand das prom meistens an diesen kleinen oasen hier was das hier sein soll so ein paar palmen immer stehen ich bin sicher bin ich mir natürlich auch nicht ne kann natürlich auf der anhöhe auch sein da müssen wir ein bisschen hinterher laufen hier in der hoffnung dass wir noch was finden weil wir müssen mal ins wasser gehen im wasser müsste ja auch promedium sein müssen wir halt nur die richtigen stellen finden ne da gibt es hier halt diverse sache diverse stellen das ich jetzt schon von meiner community erfahren habe gibt es diverse stellen im wasser die auch diverse mats haben ne also manche haben promedium manche haben halt kobalt manche haben magnesium und so weiter und so weiter da hinten oder wenn es was ein geschultes auge hat schon was entdeckt manche haben wir nicht mehr im rücken zum wasser hinstellen sonst kommt wieder eine schnecke die bösen schnecken kommen dann wieder dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020